Wow! Eva, schau dir das mal an. Uh, das ist ein Schwimmer. Tänzer. Sven Strubinski. Noch nie gehört. Guten Tag. Sven Strubinski. Geiler Rücken. Stärkt Ihnen den Rücken. Der Ergonomie-Sitz von Opel. Nur eine von vielen Opel-Ideen, die das Leben leichter machen. Und was kann Ihr Auto? Opel. Wir leben Autos. Opel stärkt auch Ihnen den Rücken. Der Ergonomie-Sitz bietet über 18 individuelle Verstellmöglichkeiten, eine ausziehbare Oberschenkelauflage und das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. Der Ergonomie-Sitz ist verfügbar im Opel Meriva, Astra, Astra GTC, Safira Tourer, Insignia und im neuen Mokka. Für eine Probefahrt besuchen Sie einfach Ihren Opel-Partner. oder www.und-was-kann-ihr-auto.de Ergonomie-Sitz Ergonomie-Sitz